Die Wissenschaft schreitet voran. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, diverseste Werte zu testen und wir wollen heute mal drüber plaudern, was eigentlich im Altersklassensport wirklich Sinn macht, welche Werte sich lohnen zu testen, was kann man mit den Ergebnissen machen und wohin geht die Reise in den nächsten Jahren. Viel Spaß beim Hören. Das ist immer noch ein Zungenbrecher bei dir, gell? Ja, ja, das wird ja bleiben. Aber es ist wurscht. Damit habe ich mich abgefunden. Das amüsiert mich immer noch. Nein, nein, das Bier ist schon. Ich stelle dir vor, wie es ohne Bier wäre. Probier es nochmal. Grüß euch. Sausi, Gary und meine Wenigkeit, Mario, begrüßen euch zu unserem Podcast. Und ja, wir werden heute darüber reden, dass es viele Möglichkeiten gibt, verschiedene Daten zu testen, verschiedene Werte zu testen, verschiedene Profile zu erstellen, die einen am Ende des Tages weiterbringen sollen. Tun Sie das auch? Das ist die große Frage. Genau. Interessantes Thema. Natürlich kommt das jetzt nicht von ungefähr. Ich glaube, man kriegt irgendwie mit, dass gerade jetzt aus dem wunderschönen Land Norwegen immer mehr Testverfahren kommen und immer mehr Werte publiziert werden, die natürlich in dem Setting, wie es in Norwegen produziert wird, mitunter durchaus Sinn machen kann, sagen wir mal. Weil es über sehr viele oder sehr lange Zeit gemonitort wird und da auch wahrscheinlich das Sachverständnis dafür da ist, was man mit diesen Werten machen kann. Und selbstverständlich kommt dann auch immer wieder die Frage an uns, macht das eigentlich einen Sinn? Kann man das auf mich übertragen? Welche Werte bringen im Altersklassencoaching, sage ich mal so, wirklich einen Mehrwert? Und ich denke, da sind wir eigentlich schon direkt im Thema drinnen, bringen wir vielleicht ein paar Stichworte, bevor wir eigentlich zur direkten Diskussion darüber kommen, Sachen wie FDP, Sachen wie Laktatdiagnostik, Spiroergometrie, Salzverlust, all mögliche Dinge. Laktatelungsrate in aller Wunde. Also im Prinzip geht es darum und letzten Endes, der Mario hat es mit einem Wort eigentlich schon ganz gut beschrieben, ist es auch so ein Athletenprofil und was gehört da dazu und wie groß ist der Mehrwert, der ja letzten Endes bei all den Testungen auch mit dem finanziellen und auch mit dem arbeitstechnischen Aufwand verbunden ist und darum soll es heute gehen. Vor allem ist es auch Zeit, die nicht trainiert wird. Ich glaube, das verlieren die meisten aus den Augen. Ja, kann durchaus sein. Unter anderem. Unter anderem würde ich sagen, ja, es ist natürlich Zeit, die verloren geht, wertvolle Trainingszeit, die verloren geht. Worum geht es am Ende? Worum geht es, wenn man einen Test andenkt? Man möchte einen Status Quo erheben, man möchte schauen, wo steht man und muss dann im besten Fall auch wissen, okay, das ist jetzt der Ausgangspunkt, wo möchte ich hin? Genau. Und dieses Testverfahren muss in dem Mehrwert der Trainingseinheit von dem Tag einmal auf jeden Fall überwiegen. Ja, um das Thema gleich einmal abzuhören, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ja, natürlich verliert man dadurch auch Trainingszeit. Letztlich ist es aber so, wenn die Testwerte natürlich dann wirklich einen langfristigen Erkenntnis bringen, dann überwiegen die natürlich eben der Erkenntnis aus der einen Einheit. Genau. Und das ist auch die Frage, wie groß ist der Impact der Testung auf die Einheit? Muss es überhaupt angeben? Vielleicht nehmen wir auch das plakative Beispiel Laktat einmal vorab. Es ist glaube ich auch en vogue, dass sich viele Altersklassenathleten ein Laktatmessgerät, ein portables kaufen mit ein paar Teststreifeln und glauben, okay, jetzt kann ich damit das Training optimieren. Ja, kann man, wenn man es schlau einsetzt. Man kann schauen, ob gewisse Trainingsbereiche eingehalten werden. Natürlich sollte man vorab dementsprechend einmal Diagnostik gemacht haben. Und man kann schon einsetzen und mit relativ wenig Aufwand. Da kommen dann wieder andere Variablen ins Spiel. Viele Athleten versuchen sich dann selbst Laktat zu nehmen oder Blut zu nehmen und zu testen. Da stoßen viele an ihre Grenzen. Die Messgenauigkeit ist nicht sehr groß, wenn die Abnahme nicht sehr sauber passiert. Abgesehen vom portablen Gerät. Ja, da gibt es noch gar nichts dazu. Wir gehen heute so ein bisschen davon aus, die Prämisse heute ist so ein bisschen, dass wenn man dann was misst, dass das Gerät auch, weil die Werte ausspuckt wird, das zweifeln wir gar nicht an. Ein Satz vielleicht da noch dazu. Wir haben einen Podcast ja mal gemacht über die Werte, die diverse Garmin-Devices und so weiter ausspucken. Klare Abgrenzung zu dem Podcast heute. Das Thema geht darum, dass wir die Prämisse setzen, dass die Werte, die ermittelt sind, tatsächlich stimmen. Und die Frage ist, was kann ich mit diesen stimmenden Werten dann tatsächlich weitermachen. Ich bleibe mal kurz bei dem Laktat-Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich sehe das Thema schon da sehr kritisch, weil auch dafür sehr viel Sachverstand notwendig ist, wie ich diese ermittelten, wie gesagt, unter der Prämisse, dass sie stimmen, Werte dann tatsächlich bereitstelle. Also Stichwort jetzt Nüchterneinheit am Vortrag, keine Kohlehydrate, ganz andere Laktatwerte am nächsten Tag. Was mache ich mit der Erkenntnis? Das sind alles Dinge, die massiv das Testergebnis und die Interpretation beeinflussen. Und das unterstelle ich mal, dass das die wenigsten am Schirm haben. Ja, und eben auch dann in der Probennahme, man stelle sich die Situation vor, es soll irgendwo an der Schwelle gemessen werden, zwischen 3 und 5 Millimol. Mir kann da keiner erzählen, dass man da noch ein wirklich ganz ruhiges Händchen hat. Und wenn man sich da selbst Blut abnimmt, dass es da Verunreinigungen geben wird, dass das dann die Testergebnisse verfälschen wird, ist klar. Das heißt, was ich damit sagen will, insgesamt muss das Ganze auch praktikabel sein. Also wenn man dann testet, soll das auch gut einbaubar sein in den Trainingsablauf, um eben wenig Trainingszeit zu verlieren, wie das Saussi schon gesagt hat. Und auch um Erkenntnisse, wie du das angemerkt hast, Gary, bekommen zu können. Ja, ich denke, vielleicht bleiben wir gleich einmal bei diesem Thema Laktat, was ja durchaus jetzt kein neuer Messwert ist und auch kein neues Messverfahren. Natürlich gibt es unterschiedlichste Protokolle, aber im Prinzip war das lange Zeit ein sehr hoher Standard, was das Messverfahren an sich angeht. Und wir haben das auch, sagen wir mal, kurzfristig bei uns im Angebot gehabt. Wir haben das ganze Verfahren wieder, wie soll man sagen, ad acta gelegt. Einfach aus dem Grund, weil es eben, und das war die einleitenden Worte für den heutigen Podcast, der Stand der Wissenschaft mittlerweile schon so weit ist, dass man einfach sagen muss, das ist ähnlich wie eine Trainingsteuerung nach Puls, die zu einer Zeit, oder Wettkampfsteuerung nach Puls, die zu einer Zeit wieder die Pulsgurte quasi am Aufkommen sind, natürlich ein extrem gutes Mittel war, aber mittlerweile einfach überholt ist. Und da muss man halt auch einfach sagen, da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Sachverstand, es gibt sehr viele Auswertungsmodelle, wie man einen Laktatstufentest auswerten kann, mit einer und derselben Blutprobe, dementsprechend ergeben sich auch unterschiedliche Ergebnisse. Natürlich kann ich bei Beibehaltung des selben Auswertungsmodells feststellen, ob der Athlet oder die Athletin besser wird in der durchgehenden Testung. Meistens braucht man dafür aber keinen Laktatstest, sondern das merkt der Trainer anhand der Trainingseinheiten oder der Wettkampfergebnisse. Und wenn ich tatsächlich Dinge feststellen will, wie zum Beispiel einen Schwellenwert, dann wäre es halt schon gut, wenn der dann auch wirklich stimmt und nicht bei 17 verschiedenen Testmodellen 17 verschiedene Werte rauskommen. Da muss man einfach sagen, da sind wir jetzt in der glücklichen Zeit, dass es andere Dinge gibt, die wesentlich besser funktionieren. Und ja, vielleicht noch rein, weil es einfach richtig gut dazu passt. Viele kennen dann auch die blutverschmierten Ohrwascheln der Norweger, die auch jetzt noch immer Laktat messen und da Werte sammeln. Und dazu muss man ganz klar feststellen, das ist eben nicht der einzige Wert, den die messen. Ja, wichtiger Satz, weil die erstellen ein Athletenprofil aus vielen verschiedenen Werten und nehmen das Laktat ergänzend. Das kennen wahrscheinlich auch einige, die schon eine Spiroergometrie gemacht haben, wo Laktat nebenbei dazugenommen wird, um eben quasi diverse Fehlerquellen auch auszuschließen. Je mehr Werte man hat, desto genauer wird es. Eine reine Laktat-Diagnostik würde ich in der heutigen Zeit nur noch in Ausnahmefällen nehmen. Es gibt Anwendungsbereiche, die das immer noch legitimieren. Je mehr Werte es gibt, desto besser können wir den Leistungszustand überhaupt einschachteln. Es ist nämlich am Ende des Tages ein Einschachteln. Es ist der naive Versuch, dass man versucht, anhand mehrerer Werte und verschiedenen Wertgattungen, die wir entnehmen, soll es Laktat, Glucose, Puls, Watt sein, you name it, wir immer besser einschachteln können, was das Leistungsvermögen des Athleten ist. Eben, und dann ist es sehr trügerisch oder dann tendiert man sehr stark dazu, Fehler zu machen, wenn man sich auf einen Wert verlässt. Und wenn man dann sagt, okay, Laktat ist jetzt die einzige Wahrheit, dann ist man wahrscheinlich nicht eingeschachtelt, sondern hat ein sehr breites Spektrum an Interpretationsspielern. Ja, aber ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von Laktat immer gewesen, aber das Laktat hat, wie es beschrieben hat, halt große Einschränkungen. Man muss, wenn man Laktat nimmt, eigentlich immer wieder Laktat nehmen, weil ein gewisses Profil, ein gewisses Verhalten vom Athleten jetzt mal angelegt werden muss, um das interpretieren zu können. Wenn man aber jetzt versucht, zwei Athleten anhand ihres Laktats zu vergleichen, wird das schon mal, es ist schwachsinnig, das kann man einfach so festhalten, weil es ja beim Athleten selber schon von der Tagesverfassung, vom Blutvolumen, von der Deckung der Kohlenhydrate und so weiter und so fort, das gut verglichen mit Herzfrequenz. Wie Herzfrequenz, das ist ein guter Vergleich. Wenn zwei nebeneinander laufen bei derselben Pace und die dann ihre Herzfrequenz abgleichen, selbst wenn die vom Brustgurt kommt und man auf die Werte vertrauen kann, die da rauskommen, wird es nicht stimmig sein. Mal abgesehen davon, dass es massivst protokollabhängig ist, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Laktatauswertungen wir als Trainer schon gesehen haben, wo man einfach sagt, da ist das Protokoll falsch in dem Sinne, dass da einfach nicht die validen Werte rauskommen, Inkremente zu kurz beispielsweise. Also da gibt es viele Möglichkeiten und es ist immer noch so, man kann Diagnostik nicht einfach nebenbei anbieten. Das muss man einfach sagen, es ist ähnlich wie Bikefitting, das ist ein Job für einen Fachmann. Gute Geräte sind arschteuer, das sind Medizintechnikgeräte, die können regelmäßig gewartet. Auch da haben wir schon Diagnostiken gesehen von Spiroergometrien, wo man einfach ganz klar sagen muss, okay, das Gerät ist nicht geeicht, das ist nicht gewartet, das ist kaputt, wie auch immer. Das wird kundenteuer verkauft als Testung, als stimmende Momentaufnahme, wo man mit einem geschulten ersten Blick sieht, okay, das Ding ist kaputt. Das heißt, das sind alles Sachen, ich glaube, vielleicht bringen wir die Frage auf einen Punkt. Ja, nur mal zum Vergleich der Geräte. Also damit wir sagen können, dass so etwas überhaupt stimmt, dass eine Messung überhaupt einen Sinn macht, dass die Messung per se vertrauenswürdig ist, reden wir bei einem Laktatmessgerät von einem nicht portablen BioSEN, das wahrscheinlich 5.000, 6.000 Euro kostet. Punkt. Und mit den Werten, die dieses Gerät ermittelt sind, mit den ganzen Limits, die wir beim Faktor Laktat jetzt erörtert haben, das Investment halt schon gewaltig, und man sollte kritisch hinterfragen, ob die Messung dann überhaupt den Sinn macht. Ja, ich würde es gar nicht so direkt an dem Preis oder an der Marke festmachen, weil es ist im Vergleichs immer wie mit Wattmessgeräten. Früher hat es geheißen, okay, nur SAM und das hat einfach ein Vermögen gekostet. Jetzt gibt es stimmende Wattmessgeräte um einen Bruchteil des Geldes. Also auch da, wo die Wissenschaft weiterkommt und die Entwicklung und das Ganze, es wird immer günstiger. Letzten Endes auch da, wir gehen ja davon aus, dass der Messwert stimmt. Die Frage ist einfach immer, und ich glaube, das ist die Vorfrage, die man sich stellen muss, wenn man sich überlegt, will ich eine Laktatdiagnostik machen? Was erhoffe ich mir von dem Wert, der da rauskommt? Wenn ich wissen will, wie sehr hat sich meine berühmte Kurve nach rechts verschoben? Okay, gut, die Frage ist, was fange ich mit der Info an? Die zweite Frage ist, wenn ich sage, okay, ich will meine Schwelle wissen, okay, was kann ich mit der Information anfangen? Wie relevant ist die anaerobe Schwelle für einen Langdistanzler? Wie relevant ist die für einen Springdistanzler, für einen Läufer, für einen Radlfach? Für beide relevant, aber es zählen halt auch viele andere Werte aus dem metabolischen Profil genauso. Das ist eben einer der Punkte, wenn wir jetzt einfach bei der Schwelle bleiben, die hochinteressant ist, weil ich dann frage, welche Schwelle meinen wir denn? Welches Verfahren und wie kommen wir zu der Schwelle? Es ist ja so unterschiedlich, bis hin zu Trainern, die Olympiasieger betreuen und am Ende des Tages sagen, ja, wir wissen, es gibt sowas wie die Schwelle, so die Leistung, die man eine Stunde halten kann. Oder das maximale Lactat-Steady-State, was wiederum nicht die Schwelle ist. Und wir wissen nicht, sagt der Trainer, unser norwegischen Schatzes zum Beispiel, sagt dezidiert, wir wissen nicht, warum manche diesen Wert eine halbe Stunde halten können und andere drei Stunden. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und das, was Testungen manchmal uns suggerieren wollen, wir hätten das ja total gerne, dass man Leistungsvermögen in einem Test der 20 Minuten dauert, einfangen kann. Und dann wissen wir alles und können alle Ableitungen treffen. Meine Erkenntnis nach 27 Jahren Sport geht nicht so einfach. Ja, mal abgesehen davon, du hast jetzt auch gerade schon mit so einem Seitenwort das mit den 20 Minuten beschrieben, wo es im Endeffekt dann, ich nehme an, das war jetzt der Sidekick Richtung FDP-Test, wo man einfach auch sagen muss, Nicht einmal ein Sidekick, es wäre ja der Traum eines Trainers oder der gesamten Trainerprofession, Leistungsvermögen, einfach in einem Test abbilden zu können. Und die Wahrheit ist, dass es das in der Form nicht gibt. Das stimmt. Es wäre doch super zu sagen, wir lassen den Athleten durch eine Testung laufen und wissen, der hat eine Begabung dafür oder der hat eine Schwäche hier und wir wissen zu 100% genau, wo eigentlich sein Potenzial liegt. Was müssen wir machen, um ihm besser zu machen? Also ich glaube schon, dass es das gibt mit Testungen, aber eben durch ein metabolisches Profil und nicht durch einen Wert. Ich glaube auch da ist schon einmal der erste Trugschluss dahinter, dass man sagt, ja, warum soll ich eine Lactatdiagnostik machen? Ich kann ja auch einen 20-Minuten-Test fahren. Oder warum soll ich ein Spiro machen? Ich kann ja auch einfach einen FDP-Test fahren. Das sind einfach zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, die wir auch in unseren diagnostischen Ergebnissen sehen. Ein 20-Minuten-Test sagt eins aus. Wie hart kann ich 20 Minuten fahren? Mehr nicht. Mehr nicht. Alles, was du danach hochrechnest, absurderweise wird das hochgerechnet bis zum Ironman, hat eine Streuwirkung, das ist kilometerweit. Aber, und jetzt wird es spannend, das hat auch schon eine massive Streuwirkung, wenn du von 20 auf 30 Minuten hochrechnest. Und diese berühmten 0,95, mit denen der 20-Minuten-Wert multipliziert werden kann, ich würde sagen, ich habe in der Betreuung von Athleten schon alles gesehen von 82% bis 95%. Also die Streuwirkung ist eklatant, wenn man jetzt einfach einmal ein 300er FDP raus hernimmt, dann kann man sich das einmal kurz ausrechnen, um wie viel Watt es da geht. Das sind 18%, Blödsinn 18%, 13% und da muss man halt einfach sagen, okay, Diagnostik macht dann Sinn. Gut, für welchen Wert, was will ich wissen und was ist für mich und für mein Training wirklich relevant und ich denke, da kommen wir dann schon zu dem Bereich mit einer Spiroergometrie, wo man wesentlich mehr verschiedene Werte raussuchen kann, natürlich auch mit einem anderen Testaufwand im Sinne des Materials, was dafür notwendig ist. Es ist eine geeichte Spiroergometrie notwendig. Das sind Laborgeräte. Es braucht einen Fachmann, der das Ding bedient und es braucht auch einen Athleten, der mit all dem auch irgendwo umgehen kann. Also diese Geschichte mit einer Atemgasmaske am Radl eine Ausbelastung zu fahren oder gar am Laufband zu laufen, das muss man auch können. Da muss man sich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das muss man auch reinwachsen in dieses Testverfahren und das schaut halt immer cool aus, wenn Froteno oder Blumenfeld oder sonst was mit der Maske am Laufband bis zum Kollaps laufen. Ja gut, der macht das nicht einmal. Das ist halt, aber letzten Endes sind wir da. Ich gehe schon so weit, dass man, wenn man das machen möchte, dann sollte man das auch in die Richtung anstreben, um eben auch genug Daten zu haben. Also mit einer Momentaufnahme, wie du das auch schon gesagt hast, kommt man dann nicht weit. Ja, man kommt den nächsten Schritt, aber der nächste Block bedingt dann wieder eine weitere Testung. Und dann ist eben die Frage, gibt es nicht praktikablere Möglichkeiten, die vielleicht nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Auch aus finanzieller Sicht. Auch aus finanzieller Sicht. Wenn wir da von einer Spiroergometrie, vielleicht mit Laktat sprechen, sind wir irgendwo im Bereich von 250 bis 300 Euro pro Testung. abgesehen von dem Aufwand, dass man im besten Fall mit seinem eigenen Radl in das Labor muss, einen Termin hat. Ja, also der Aufwand ist nicht unerheblich. Und ich möchte einen Satz noch bitte dazu sagen, zu dieser Preisgestaltung, weil ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt Hörer, die sagen, ja, aber ich kenne es, da gibt es ja schon 120 Euro. Das ist, das funktioniert nicht. Das ist nicht kostendeckend. Und diese Geräte sind teuer, die Eichungen sind teuer, die Erhaltung von Dingen ist extrem teuer und das Personal auch. Das heißt, eine Stimmen der Diagnostik. Und bitte, das ist das Wesentliche. Ich weiß nicht, warum man billig Diagnostiken macht, auf die Gefahr hin, dass die Werte nicht stimmen. Billig ist teuer in dem Fall. Ganz genau. Ihr haut das Geld beim Fenster raus. Diese Testungen kosten was. Und die kosten nicht wenig. Und wie du gesagt hast, ich würde sagen, eine Spiro unter 200 Euro würde ich nicht nehmen. Das geht schwierig. Das geht sich nicht aus. Ja, dann läuft mir eben Gefahr, dass man vielleicht auf einem, um wieder Markennamen zu sagen, auf einem alten Daumen 8008 sitzt und mit Laufschuhen auf einem bequemen Sofasattel und dementsprechend keine Ausbelastung hinbekommt, die man vielleicht braucht, um ein V2 Max zu bestimmen. Wäre halt nicht schlecht. Und dann wundert man sich, dass die Testergebnisse nicht stimmig sind. Und man trotzdem dann 150 Euro dafür zahlt. Weil es ist ja billiger als 200 Euro. Nein, das funktioniert eben nicht. Und wenn man sich dann auch den Zeitaufwand des Personals überdenkt, so ein gutes Setup ist dann im Bereich von einer Stunde mit Analysegespräch von anderthalb Stunden insgesamt. Und ja, ich kann es nur noch mal bestärken, das kann sich nicht ausgehen. Ja, das geht sich nicht aus. Und dementsprechend muss man sich dann halt auch überlegen, mache ich es dann überhaupt. Genau, aber grundsätzlich kann man zumindest einmal sagen, um das Ganze jetzt in ein bisschen einen Gesamtkontext zu setzen, die Weiterentwicklung von einer Spiro quasi in Relation zum Lactat, es bietet wesentlich mehr Erkenntnisse. Ich würde sagen, es war und vielleicht ist es auch immer noch der Goldstandard, kann man durchaus so sagen, Spiro-Lactat, die Kombination, immer unter der Prämisse natürlich, dass das Protokoll wirklich von einem Fachmann durchgeführt wird. Auch da gibt es verschiedene Testverfahren. Und für den Athleten passend ist. Da gibt es eben auch dann unterschiedliche Protokolle, die für einen Anfänger oder einen Profiathleten, einen schon sehr trainierten Athleten, nicht mehr stimmig sind. Das erfordert wieder davor eine Datenerhebung durch denjenigen, der das durchführt und Erfahrung, um sagen zu können, okay, für denjenigen, für diejenige passt jetzt dieses Protokoll, um an die gewünschten Werte zu kommen, um an die gewünschte Ausgangsposition zu kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, sind wir wieder genauso schlau wie vor der Testung. Und das macht dann eben keinen Sinn. Ja, es gibt auch neue, neuere Methoden, jetzt nicht nur global den metabolischen Abdruck zu finden, ins System zu schauen, sondern auch lokal die Sauerstoffaufnahme in der Muskulatur zu messen. Auch spannende Geschichten. Aber es ist wieder die Frage, was fange ich damit an? Ich habe einen Status zu einem gewissen Zeitpunkt und muss das dann bei diesen Gedanken, dieser Idee weiter verfolgen. Und da muss man sich wirklich immer fragen, ist das dann auch so möglich? Ich frage nochmal nach, was meinst du genau? Meinst du diese ganzen... Diese Moxie-Geschichten mit Muscle-Oxygen-Messung. Ich finde, was da interessant ist, wir sind da jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo extrem viele Daten gesammelt werden und wir noch gar nicht wissen, was... Das glaube ich auch. Nämlich noch konkreter, wenn wir sagen, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, heißt das, wir wüssten nicht einmal, welche Trainingsform oder welche Intervalllänge, und das ist das, was oft mit diesen Messungen, und das ärgert mich besonders, suggeriert wird, dass man da sagt, ja, das ist eh vollkommen klar, du hast jetzt, weiß nicht, diese Aufnahmefähigkeit lokal, und das ist vollkommen klar, dass wir jetzt mit 20, 40ern drüberfahren müssen, da da, sondern wir wissen in unserer gesamten Profession bis zur Weltklasse hinauf als Trainer eigentlich meistens über Intuition, Erfahrung und von außen einfach mitschreiben, wie sich ein Athlet entwickelt, ob eine Trainingsform erfolgsversprechend ist oder nicht, das kann beim anderen Athleten schon wieder ganz anders sein. Wenn wir jetzt diese Daten zusätzlich bekommen, sind wir tatsächlich in der Anwendung und nichts schlauer, weil wir die Regelkreise und Entwicklungen in der Physiologie ja noch gar nicht kennen. Mediziner kennen diese Regelkreise nicht. Und eben, wie du ja schon öfters gesagt hast, wo, es ist noch nicht einmal klar, was passiert dort tatsächlich in der Zelle. Das wissen wir nicht. Wir lesen in der Literatur, in der besseren, höhere Mitochondriendichte und keine Ahnung was, aber haben aber keine Ahnung, wie es dazu kommt und welcher Reiz am Ende des Tages wirklich dorthin führt. Und wir wissen noch weniger, warum man beim einen Athleten dorthin führt und beim anderen nicht. Also wir wissen, punkto Trainierbarkeit. Ja, aber das ist genau der Punkt, warum ich dann so extrem skeptisch bin, wenn dann Lactatdiagnostiken mit einer fixen 2 und 4 Millimol-Schiene oder mit einem fixen 2 und 4 Millimol-Modell als der heilige Kral der Diagnostik verkauft werden. Aber es ist ein Excel-Sheet, das funktioniert. Das ist Scharlatanerie zum einen und es ist betriebswirtschaftlich halt extrem verständlich. Das verstehe ich schon, weil natürlich ist das für denjenigen, die das abnimmt, sehr weniger Aufwand für gutes Geld. 6 bis 8 Leute gleichzeitig auf einer Laufbahn, das geht sich da aus und das gibt es noch. Es ist wurscht. Im Prinzip, es ist halt einfach, wie es ist. Letztlich muss man dazu sagen, es gibt halt auch den, ich will nicht einmal sagen, eine wissenschaftliche Weiterentwicklung, sondern einfach eine Entwicklung in der Sache, was auch jetzt ins Rollen gekommen ist, das ist die ganze Geschichte mit dieser Leistungsdiagnostik at home quasi, wie es Insight durchführt, wo es jetzt auch schon diverse Firmen gibt, die versuchen das Modell zu kopieren, wahrscheinlich auch in der Folge zu verbessern. Wie soll ich sagen, Konkurrenz am Markt belebt das Geschäft, macht das ganze Ding auf jeden Fall besser. Letztendlich haben sich die Entwickler da wirklich mit Studien extrem viel beschäftigt und man sieht, wie groß der Einzug da auch im Profisport ist, wo vor allem dieser Metabolic Fingerprint halt im Vordergrund steht, wo man nicht nur einen Wert testet, sondern eben zumindestens vier und auch da muss man sagen, wir führen das jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren durch, wir haben wirklich viele Tests jetzt schon gemacht und da merkt man halt auch einfach, es ist die Frage, was will ich haben, dann sprich, welchen Wert will ich sehen und wie wird dieser Wert produziert und auch da ist es einfach das Thema, wir machen das mit einem Bioimpetanzanalysegerät, auch das ist ein Medizintechnikgerät, kann man auch sagen, ist nicht billig das Ding, aber das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt, warum die Werte dann stimmen, die da rauskommen, weil eben diese Körperzusammensetzung auf das Testverfahren einen massiven Einfluss hat. Es ist einfach die Frage, wie viel laktatproduzierende Körpermasse habe ich und wie viel nicht und das kann ich halt nicht mit einer 20-Euro-Amazon-Wage irgendwie feststellen, weil da kommen meistens sehr schmeichelhafte Körperfettwerte raus. Was man vielleicht da zwischendurch noch ganz klar machen muss, es klingt vielleicht dann manchmal jetzt so im ersten Teil von dem Podcast, dass wir uns gegen da Neuerungen verwehren. Ganz im Gegenteil. Genau, und uns sagen, na hey, alles Testen scheißt drauf, das braucht eh keiner, neue Methoden, wozu? Nein, überhaupt nicht. Ja, vor allem wer uns kennt, weißt, wir probieren jeden Chance. Wir schauen uns das wirklich an und schauen uns das auch in Richtung Praktikabilität an und wenn das nicht funktioniert, ist es nicht praktisch und dementsprechend kann man es dann auch nicht nutzen. Und wir sind eben auch in unserer Arbeit jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mit diesen berechneten Modellen über Critical-Power-Intervalle, die man fährt, läuft, draufkommen, dass das wirklich funktioniert. Ich glaube auch, dass in der Richtung noch viel passieren wird, dass einfach berechnete, doch dann intelligente Algorithmen dann noch viele Erkenntnisse liefern können, weil es eben auch viele Messungen aus validen Daten schon gibt. Ich bringe das große Aber bei der Geschichte, nämlich auch da, und das sagen wir immer auch ehrlich dazu, auch dieses Testverfahren ist nicht für jeden, das funktioniert nicht bei jedem und nicht, weil das Verfahren nicht funktioniert, sondern weil man als Athletentypus dafür gemacht sein muss. Es sind einfach in dem konkreten Fall, wovon wir jetzt sprechen, sind es vier Ausbelastungen und viermal wirklich voll hinhalten, sich mental echt aushageln und sich abschießen, das muss man können, das muss man auch wollen und das muss man auch wollen, dass man das mehrmals im Jahr macht, weil auch das ist eine Momentaufnahme. Und da fallen einfach gewisse Athleten und Athletinnen raus, die diesen Test nicht so durchführen können, dass valide Werte rauskommen und deswegen empfehlen wir denen dieses Verfahren auch nicht. Dafür bietet sich dann zum Beispiel der klassische Stufentest an, was wesentlich, ich sage mal, einfacher ist, an eine Ausbelastung zu kommen, als für sich zu Hause zehn Minuten voll hinholzen. Das ist, zehn Minuten sind lang und das in vier verschiedenen Tests. Ja, und eben die Auswertung ist dann nur so gut wie die Daten, die man füttert und da geht es eben nicht nur um diese critical power Intervalle. Ja, die müssen einfach ein Best Average sein, die müssen, wirklich hart gefahren werden, so hart wie halt möglich. Aber eben auch um die BA, um die Bioimpetanzanalyse, diese Daten müssen auch wirklich stimmig sein, damit dann das Gesamtergebnis, damit der Algorithmus, damit das Berechnungsmodell was damit anfangen kann. Ja, genau. Auch da ist halt immer die Frage, dieses Testverfahren wird ja da und dort billiger angeboten als da und da. Auch in diesem Zusammenhang muss man einfach sagen, will man es mit validen, geeichten Geräten machen, kostet das einfach einen gewissen Preis. Es lässt sich nicht vermeiden. Den Abstrich, den man machen kann, ist, man kann ein paar Werte hinschätzen, dann stelle ich aber die provokante Frage, wenn ich schätzen will, wieso zahle ich für die Diagnostik. Dann schätzen wir gleich alles und sparen wir uns das komplette Geld oder machen halt einen Feldtest oder sonst was, was durchaus seine Legitimation hat. Vielleicht kommen wir zu einem anderen Thema, was super spannend ist, zu testen, ist Salzverlust. Ja, so ein bisschen die Kategorisierung. Für die Testverfahren, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist es notwendig, dass man immer wieder testet. Es ist immer nur eine Standortbestimmung, ein Status Quo, den man hat, um dann den weiteren Trainingsblock effektiv gestalten zu können, um schauen zu können, in welchen Bereichen, an welchen Daten, an welchen Ecken und Enden möchte ich mich für die nächsten sechs bis zwölf Wochen entwickeln. Dann muss man retesten, im besten Fall oder aus Trainingsergebnissen was herauslesen, wie auch immer. Die Testverfahren, die du jetzt ansprichst oder die du jetzt anreißt in Bezug zum Beispiel auf Salzverlust, da gibt es dieses Problem nicht. Das ist einmal im Leben getestet und ist dann unter Anführungszeichen in Stein gemeißelt. Ja, es gibt zwar diverse Anbieter, die Gegenteiliges suggerieren und sagen, naja, es kann sich theoretisch schon im Leben ändern, damit man das ein paar Mal testet. De facto würde ich sagen, das ist schon was, was man einmal machen kann, was sich auch vor allem, was die Kosten angeht, wirklich in Grenzen hält. Also ich würde mal sagen, wenn man da so im Marktquerschnitt durchschaut, ist man wahrscheinlich irgendwo bei 150 Euro und ist halt doch ein Testverfahren, was interessant ist, weil es vor allem, je länger die Wettkampfdistanz wird, desto maßgebiger wird der Salzhaushalt und da halt immer die Frage ist, okay, wie viele Salztabletten zum Beispiel nehme ich und dann gibt es halt da irgendwie diese goldenen Faustregeln. Ja, wie immer bei Faustregeln, für den einen stimmen es und für den anderen gar nicht und das macht durchaus Sinn. Vielleicht ein bisschen mit der Einschränkung, vor allem für die Athleten, die generell mit Nahrungsaufnahme, mit hohem Schweißverlust, mit starken Salz, mit Magenkrämpfen, mit Durchfall, was auch immer, also es in die Richtung geht, Probleme haben. Auch da vielleicht noch ein Nachsatz, da geht es nicht nur um die Wettkampfernährung. Also wer drei Stunden am Sonntag auf der Walze sitzt und einmal unter sich schaut, was da für Lacke liegt, das ist nicht reines Wasser, da sind auch genug Mineralien drinnen, die vielleicht wünschenswert wären, einmal zu gehen. Aber Tränen auch. Ja, der auch diesen Salz hat. Ja, stimmt. Dass man weiß, was man da quasi zuführen sollte. Das macht, finde ich, aus einem Preis-Leistungs-Verhältnis schon Sinn. Ja, aber gerade bei Salz merkt man eigentlich subjektiv recht schnell, ob es einem fehlt oder nicht. Allein am Appetitverhalten, man kann das zwar messen, aber ich denke, dieses ganze Subjektiv ist völlig richtig. Es gibt halt einfach Athleten, Athletinnen, die haben ein sehr gutes Körpergefühl für ganz viele Dinge und es gibt welche und das ist nicht wertend gemeint. Die haben ein sehr schlechtes Körpergefühl. Ich denke, wenn man sowas, das ist halt sowas, wo ich halt finde, das kann man einmal austesten und das hält sich preislich in einem gewissen Rahmen. Wovon redet man da circa? Eh, 150 Euro würde ich schätzen, so in der Richtung. Also wenn man sich so am freien Markt jetzt einfach mal anschaut im Durchschnitt und das kann man durchaus machen. Ja, schlecht ist es sicher nicht. Ich meine, wenn ich gerade dann denke, und da sind wir wieder bei der Bedarfsanalyse, dass viele unserer Sportler wahrscheinlich da mit einem Gesundheitsverständnis, oh man muss Salz auf, biegen und brechen, weglassen. Das funktioniert im Leistungssport nur eingeschränkt und kann lebensgefährlich sein, wenn man da tatsächlich übertreibt. Also ja, für alle, die sich nicht spüren, bitte macht es das. Das war bei Hitzerennen, dieser Wassertod, der mehrfach passiert ist. Also nicht bei einer Person, aber bei mehreren. Keine Auferstehung leider. Alle Mineralien ausschwappst. Ich meine, man muss generell sagen, auch da natürlich, vielleicht das haben wir gar nicht so beleuchtet, aber Feldtests im klassischen Sinne jetzt, das sei es irgendwelche Wettkampfergebnisse, die man dann, wo man Trainingsbereiche rausliest oder sei es eben der klassische FDP-Test, das hat alles seine Berechtigung. Das soll jetzt nicht überkritisch betrachtet werden, aber, und auch das haben wir in der letzten Zeit ein paar Mal gehabt bei der Auswertung von dann Diagnostiken, die bisher nur FDP-Tests gefahren sind, wo man dann einfach an einem Leistungsplateau ist und sagt, okay, jetzt macht es wirklich einmal Sinn ins System zum Schauen und dann kommt eine Diagnostik, wo man dann im Nachgespräch sagt, jetzt wissen wir warum. ganz ehrlich, du hättest jetzt zehn Jahre so weiter trainieren können und du wärst kein Decker besser geworden, weil du bist einfach einer dieser statistischen Ausreißer, wo das Profil so extrem ist. Und das muss man halt immer irgendwie so im Hinterkopf bedachten, wo selbst bei einer Diagnostik diese eine Momentaufnahme dann wirklich vielleicht sogar für das ganze Leben was ändert. Leider ist es glaube ich oft so, das ist jetzt nur Vermutung, dass es in der Hinsicht dann viele Athleten gibt, die sich mit so einem Testprotokoll ohnehin auch schwer tun, dass man die dann gar nicht abgreifen kann. Da müsste man dann wirklich zu einer, da müsste man dann den Aufwand betreiben und Spiroergometrie andenken und sich sowas genauer anschauen. Aber ja, wir haben jetzt da ganz stark über metabolische Profile gesprochen, über Salz, über Ernährung, was man austesten kann. Dazu vielleicht auch herzlich den Podcast mit der Simone, Simone Kummerhofer an. Zum Thema Mikrobiomanalyse. Genau, Mikrobiomanalyse. Können wir vielleicht auch kurz da anreißen, das Thema. Ich denke, das ist auch was, wo die Erfahrungen bei unseren Athleten, Athletinnen, die das damals in Anspruch genommen haben, teilweise wirklich herausragend sind, weil auch da einfach Erkenntnisse herauskommen sind, die man so wahrscheinlich nie erkannt hätte. Bei anderen waren die Erkenntnisse gering, weil es quasi nichts zu erkennen gegeben hat. Also weil einfach die Einbahnstraße war, weil es keine Probleme in der Hinsicht gab, aber selbst dann ist es eine Erkenntnis nach dem Ausschlussverfahren, wenn es irgendein Problem zu lösen gibt und der in die Richtung die Lösung nicht gefunden wird, naja, dann kann man das nochmal getrost bleiben lassen und in andere Richtungen weiterschauen. Prädisposition, das Wort habe ich gesucht. Prädisposition, ein Gedicht von meinem Wort. Dankeschön, aber es ist spät, also ist der ganze Effekt vorbei. Auf jeden Fall, bei der Testung geht es auf jeden Fall letztlich um eine Stuhlprobe, die analysiert wird und quasi wo dann ganz vereinfacht gesagt, die Simone hat das im Podcast wirklich in all ihrer Kompetenz wirklich ausführlich erklärt, es geht im Endeffekt darum, quasi was ist der Darm fähig aufzunehmen und was nicht und das macht durchaus einen wesentlichen Unterschied, darf man nicht unterschätzen, mal abgesehen davon, dass der Darm ja auch sehr viel mit dem alltäglichen Leben zu tun hat, was abseits vom Sport ist, sei es von Schlaf oder Stimmung oder sonst was, also auch da ist die Möglichkeit einer Testung durchaus gegeben und sicher nicht die blödeste Idee. Ja, und auch etwas, was schon wiederholt werden kann, aber im besten Fall kriegt man so viele Erkenntnisse, dass man mit dem mal recht gut und lang arbeiten, weiterarbeiten kann. Wieder so ein Blick ins Innere, ich möchte jetzt vielleicht noch eine andere Art von Testung auf den Tisch bringen, wo es eher um so biomechanische Dinge geht, also Testung in Richtung Bikefitting, Testung in Richtung Laufbandanalyse, Laufstilanalyse, da wird auch viel angeboten, gibt es auch viele Möglichkeiten und natürlich gibt es da auch Potenzial. Es ist wieder so ein bisschen der Disclaimer, aufpassen, wo man das macht. Ja, ich wollte gerade sagen, viele Möglichkeiten, wenige Könner und Ihnen. Ja, es ist wie beim Bikefitting. Das ist ganz genau dasselbe, also nicht jeder, der mit einem Inbusschlüssel einen Sattel verschieben kann, ist ein Bikefitter. Das ist tatsächlich richtig. Naja schon, es hängt nur von der Begriff-Definition an. Mario, du siehst meinen Mittelfinger. Das schneit man raus, oder? Weil sie nicht gefilmt hat. Es ist tatsächlich so, dass es beim Thema Bikefitting unglaublich viele Scharlattane gibt. Übrigens auch beim Thema Laufbandanalyse und Lauftechnikanalyse. Deswegen fasse ich es so ein bisschen zusammen, weil es im Prinzip auch wieder um das Gleiche geht, um eine Feststellung, was habe ich da für einen Athleten vor mir, was für eine Athletin und was fange ich mit der an und aus meiner, aus unserer Erfahrung ist es dann eben so, wenn das Bikefitter oder Laufanalytikerinnen sind, die auch in anderen Richtungen eine Ausbildung genossen haben, den menschlichen Körper einfach verstehen, dann funktioniert auch das Fitting besser. Das stimmt. Also ein grundsätzliches Verständnis dafür, was ist möglich für diesen Athleten, für diese Athletin und was nicht. Was ist wieder ein Schießen mit Kanonen auf Spatzen und was sind einfach falsche Ergebnisse. Richtig. Und es ist dann natürlich nett, den Laufstil am Laufband mit einer 3% Steigung oder 5% Steigung im Sprint zu verbessern oder bei sehr hohem Tempo zu verbessern und da eine super Vorher-Nachher Gegenüberstellung zu bekommen. Die Frage ist dann wieder, wie kann ich das in Grundlagen laufen, wie kann ich das in einem wettkampfspezifischen Tempo umsetzen fürs Laufen und ist es dann vielleicht nicht doch sinnvoller, die Voraussetzungen für so einen Laufstil peu a peu über Hüftstabilisation, über Ruhmstabilisation, über eine bessere Beinachse, über andere Zubringerleistungen zu schaffen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wir haben ja auch diese Zeit gehabt, die können wir uns wahrscheinlich alle noch erinnern, wo man jeden erklärt hat, man möge abrollen beim Fußauftritt und dann gab es die Zeit, wo man jeden auf dem Vorfuß umgestellt hat, was das selbe im Blasgrün war. Ich glaube, das war ein Gerücht von der Physiomafia. Ja, wahrscheinlich. Die Innung der Physiotherapeuten. Kommt zu uns. Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Aber das hat sich lang gehalten. Na, Wahnsinn. Ich glaube, teilweise hält es sich heute noch. Ich glaube, diejenigen, die sich jetzt nicht irgendwie quasi, was in dem Sport selten ist, weil die Triathleten da wirklich auf einem sehr hohen Bildungsniveau sind, aber die, die sich jetzt nicht über diverse Medien wie aktuelle YouTube-Videos oder sonst was irgendwie am Laufenden halten, was State of the Art ist. Ich glaube schon, dass es im großen Teil noch immer verbreitet ist. Na, wenn ich schnell laufen will, dann muss ich auf dem Vorfuß. Das hält sich sehr lang. Ja, ich meine, da gab es, wann hat das begonnen? Warte mal, 2019, 2010 herum. Da ist, glaube ich, auch die Post-Methods-Training-Geschichte ist auch 2011 gekommen. Ein halbes Jahr später in der Südstadtgarderobe hat ein erkläglicher Anteil dieser Leute Achillessehnen-Probleme gehabt. Ja, kommt hin. Aber wo mir noch immer nur das Geimpfte aufgeht, ist einfach der Umstand, dass alle diese Möglichkeiten des Aufkommens, die beschrieben sind, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß. Vom Mittelfuß redet interessanterweise keiner. Ja, aber das wäre halt so die österreichische Lösung, oder? Ja, aber das ist in der Tat wahrscheinlich, wenn man mir die Pistole an die Brust setzt und fragt, was ist richtig, würde ich am ehesten noch Mittelfuß sagen. Ja, ja, voll. Und es heißt aber nicht, dass Ferse oder Vorfuß falsch sind, aber es muss halt natürlich zur Physiologie des Menschen passen, zur Physis des Menschen passen, biomechanisch nämlich. Und als Trainer, der in manchen Bereichen sehr viel Erfahrung hat, habe ich so viel Erfahrung zu sagen, dass ich eigentlich die Finger von dem Thema lasse. Vor allem, wenn es um das böse Wort, das jetzt kommt, geht. Laufstil, Umstellung. Unglaublich heikles Thema. Auch sehr schwierig raus zu analysieren, tatsächlich. Also ich habe unglaublich viele Scharlatane erlebt, die hanebücherne Behauptungen aufgestellt haben, dass wenn du den Schulterbereich lockerst, du bis zu 15 Minuten schneller Marathon laufen kannst und so weiter und so fort. Ich meine, natürlich ist es gut, wenn die Arme gut mitschwingen können, aber ich wäre auch immer sehr vorsichtig mit dem Effekt, den das Ganze dann tatsächlich erzielen kann. Vor allem, wenn man es dann auch noch in Minuten angibt, dass es halt dann schon immer sehr hoch dran ist. Tut weh. Also ich glaube, wenn es dann in Richtung einer, die Prognose in einer möglichen Verletzungsprävention liegt, ist man besser aufgehoben. In einer Verletzungsprävention und dass man dann auch in erster Linie und das ist das gewesen, was mir oft bei diesen ganzen Analysen gefehlt hat, wie kommst du dorthin, dass du das, was du gerade gehört hast, überhaupt umsetzen kannst? Und Maria, du hast es schon gesagt, es ist meistens Mobility, ein Kraft-Thema und es ist ganz selten ein Thema, dass man einfach nur einem Idealbild nachstrebt, weil gerade beim Laufen, wie im Übrigen auch beim Schwimmen und Radlfahren ist es so, dass man sich ja nicht von außen sieht und das, was man glaubt, durchzuführen, sehr wenig mit dem zu tun hat, was man dann tatsächlich macht und da muss man eher die Frage stellen, wo sind die physiologischen Grenzen, wo, wieso kann der vielleicht unter Umständen die Technik gar nicht laufen oder gibt es physische Merkmale, die Ihnen diese minderwertige Technik unter Anführungszeichen jetzt zwingen und da wird viel analysiert und selten eine Lösung angeboten. Das ist das Laufthema. Du hast generell jetzt auch was gesagt, was man absolut unterstreichen muss, also irgendwo, ich glaube, dass wir die Erfahrung haben, dass wir sagen können, wo wir keine Erfahrung haben. Ja, das gehört für mich da dazu. Ich weiß es nicht, das ist kein Eingeständnis von Schwäche, zumindest für mein Empfinden, sondern eher ist das eine Stärke zu sagen, wenn man wohl keine Ahnung hat. Ich traue mich zu sagen, dass wir das, was wir machen, nämlich Trainingsplanung im Triathlon ganz gut machen, es hat aber einen Grund, warum man nicht nebenbei Physiotherapie anbieten, Bikefitting, Ernährungsberatung und was da guckt, was sonst noch alles. Sondern die Leute dann wohin schicken, wo sie es besser können. Nämlich zu dem Fachmann, der nur das anbietet, weil dann kann ich mir vorstellen und auch da gibt es noch immer Scharlataner, da brauchen wir gar nicht reden, aber der hat dann diese zeitliche Ressource genutzt, in seinem kleinen Teilbereich wirklich ein Fachmann oder eine Fachfrau zu werden, wie es wir, so traue ich mich zu sagen, nutzen, dass wir in dem Bereich Triathlon-Trainingsplanung Fachmänner sind. Aber das ist, also mir ist das wirklich wichtig, weil es immer dann heißt, warum bietet es nicht das an und warum bietet es nicht das an. Ganz einfach, wir können es nicht. Wir wissen, dass wir es nicht können und man müsste sich mit dem Thema so umfangreich befassen, dass man a, die Zeit nicht hat und b, unser Kernbereich, in dem wir Kompetenz haben, einfach darunter leiden wird. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir ein Netzwerk haben aus Fachmännern und Fachfrauen, wo wir diejenigen hinschicken können. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn halt einfach Leute 50 verschiedene wirklich für sich genommen sehr umfangreiche Gebiete anbieten. Und sehr unterschiedliche Dienstleistungen. Ja und beim Thema Lauftechnik muss ich sagen, gibt es halt ganz wenige, die wirklich Könner sind und mein Bruder war ja sehr erfolgreich am Mittelstrecke, bei einem der besten Trainer, die wir eigentlich in Österreich dazu haben, beim Milunik. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der Typ, der Leute wirklich in Weltmeisterschaftsfinale geführt hat, groß etwas über Lauftechnik referiert hätte. Weil er auch klar gesagt hat, also mir hat er gesagt, er trainiert mich nicht, weil ich es gestellt dafür nicht habe. Somit war die Sache einfach abgeschlossen. Anderes Thema, aber das ist auch legitim, wenn er sagt, na, das wird nichts. Was auch eine Kompetenz ist. Was auch eine Kompetenz ist. Es funktioniert nicht. Also ich glaube, auch das sieht man halt oft, vor allem irgendwie in Leistungsdiagnostiken oder so, dass dann gesagt wird, ja, quasi du kannst alles erreichen, wenn du mir vertraust und so. Und es gibt einfach Dinge, die sind nicht erreichbar. Und auch das ist eine Kompetenz, die ich mir von einem Fachmann erwarte, dass mir das gesagt wird. Ja, und ich würde das Thema Lauftechnik und Lauftechnikanalyse eher dazu sehen, dass man es versucht, einfach gewisse Sachen in der Dynamik zu verändern, ohne jetzt ein technisches Leitbild, das sehr oft als statisch und sehr oft als einzigartig gesehen wird, anstatt dass man sich die Frage stellt, was passt zu welchem Athletentypen. Das ist nämlich die echte Kunst. Das würde ich mir wünschen. Meiner Ansicht nach hat sich da aber eh schon sehr viel zum Guten getan, dass es solche Kasperlen immer weniger gibt. Aber vor zehn Jahren gab es so einen Hype, da hat jeder geglaubt, dass er Lauftechnik-Trainer ist. Ja, zumindest in unserem Umfeld nicht. Ja, also dass es das nicht mehr gibt. In unserem Umfeld, also aus unserer Bubble ist das ein bisschen draußen. Ich glaube, dass das schon noch sehr stark verbreitet ist, dass jemand jemanden kennt, der irgendwas kann, was auch immer das dann ist. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist dann eben eine Kompetenz zu sagen, das ist nicht meine Kompetenz, bitte geht es da woanders hin. und lasst euch da helfen. Es gibt fähige Typen, es gibt fähige Menschen, die das können, die sich darauf spezialisiert haben. Im biomechanischen Bereich, in der Leistungsdiagnostik, das möchte ich da vielleicht dazu noch ergänzend sagen, zur Trainingsplanung, die eines unserer großen Steckenpferde ist, ist jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren die Leistungsdiagnostik schon dazugekommen. Die Leistungsdiagnostik mit den Verfahren, die eben wir gewählt haben oder das Verfahren, das wir gewählt haben. Und dementsprechend gibt es ein Angebot, das aber nicht für jeden passend ist. Ganz genau, ja. Das Thema Bike-Filling haben wir noch gar nicht angegangen. Ja, also ich glaube, da gibt es viele, ganz viele Parallelen zum Laufstil-Analyse. Es braucht einfach ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass nicht jeder Athlet, nicht jede Athletin eine aggressive, wenn es jetzt um Bike-Fitting in Richtung Aerodynamik geht, aggressive aerodynamische Position fahren kann, dass das aufgrund gewisser Einschränkungen nicht möglich ist. Aber so weit würde ich noch gar nicht gehen. Ich würde einfach mal dahin gehen, dass das Bike-Fitting vor 20, 30 Jahren eine statische Geschichte war, die mit irgendwelchen Winkeln in der Statik geregelt worden ist. Sprich, wo ist das Knie, wo ist die Pedalachse und so weiter und so fort. Im Lot. Und das, tatsächlich ein Wissen ist, dass wir ja alle gelesen haben, aber wenn man sich jetzt die neuesten und effektiven Methoden nimmt, nicht mehr zeitgemäß ist, weil ohne Dynamik und ohne Druckmessung da eigentlich nichts geht. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man unter einem ganz großen Punkt zusammenfassen. Die ganze Geschichte, glaube ich, ist relativ simpel, solange sie nicht individuell ist. Also irgendwas zu sagen, okay, jeder, der auf einem Zeitverrat sitzt, muss in dem und dem, in der und der Pedalposition 45 Grad Kniewinkel haben oder irgendwas, ich sage jetzt bewusst mal irgendwas, dann wäre es relativ simpel. Dann könnte das auch wirklich jeder anwenden. Leider ist es das nicht. wie man sagt, na gut, einen Trainingsplan zum Schreiben für einen Triathleten ist jetzt per se keine Kunst. Sehr ehrlich muss man sein. Die Frage ist immer, was ist für denjenigen der richtige Plan? Was ist für denjenigen die richtige Sitzposition? Und ab da braucht es einen Fachmann. Und ich glaube halt, wenn man das jetzt unter dem Kernthema von dem Podcast mal zusammenfasst, ein Bikefitting macht uneingeschränkt Sinn. Und auch da wieder unter der Prämisse, dass die Werte, die da rauskommen, stimmen, sprich man ist bei einem Fachmann oder einer Fachfrau, gibt es da nicht einmal irgendwie ein Aber. Das hilft jedem und auch da das Argument, ja ich fahre aber nur ein 1000 Euro Rad, wurscht, es macht Sinn. Und wenn es nicht aus einer wahnsinnig aerodynamischen Sicht dann Sinn macht, dann zumindestens auch, dass man vielleicht nicht immer Beschwerden im unteren Rücken hat oder im Nackenbereich oder sonst was, das ist ein gut angelegtes Geld, auf jeden Fall. Ja, und wer möchte, könnte sich dann auch jetzt aus neueren Entwicklungen heraus in einem Windkanal testen lassen, was ich gelesen habe, also es gibt jetzt auch schon Pläne von, was war das für Anbieter, eh ganz egal, eben für jedermann zugänglich, gängig, heißes, genau, in den Windkanal zu gehen, das ist vielleicht das High-End-Variante dazu und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu testen, wofür wir einfach ein bisschen Awareness schaffen wollen, ist, sucht euch gut aus, was ihr wirklich testen möchtet, spart es nicht, wo ihr hin möchtet. Wir kennen das auch aus Athletensicht, Testungen sind teuer, das ist leider das Problem, aber wer billig kauft, kauft doppelt oder in den meisten Fällen eigentlich kauft Aquanex, weil das ist ein Altpapier, was produziert wird, deswegen da wirklich gescheite Testungen machen, sich vorab informieren, mit welchem Gerät, wer geht dort aller testen und so weiter, einfach Referenzen einholen, das macht einen wesentlichen Unterschied. Macht es für mich Sinn? Ja, und ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Radtests macht, macht es bitte auf euer Material, nicht auf irgendeinem Ergometer wie beim Internisten, das ist schön aus einem Gesundheitsaspekt, aber... Ja, und leistungsfördernd ist es nicht unbedingt. Nein. Valide Werte produziert es in der Ausbelastung sicher auch nicht. Ja. Ja, ich denke, das war eine Formschraube im wahrsten Sinne des Wortes, also sehr viel Input, so finde ich. Vielleicht auch noch ein abschließender Satz zu dem Thema, Diagnostiken und Tests, die quasi die Form überprüfen, immer da mitbedenken, ein Test macht wenig Sinn, ihr begebt euch da auf eine Schiene, die sehr viel Sinn macht, wenn es Wiederholungstests gibt und jetzt gar nicht irgendwie mit dem Zweck, dass man schaut, ob man besser geworden ist, sondern was tut sich mit den Trainingsreizen im Körper und dass man neu adaptieren kann auf diese neue Diagnostik, dann macht das wirklich Sinn und uns ist das bewusst, auch das kennen wir von uns allen persönlich, dass das auch ein finanzieller Mehraufwand ist, der es einem wert sein muss und wenn es einem das nicht ist, geht die Welt nicht unter. Es gibt trotzdem Feldtests und Wettkämpfe und sonst was, aus denen der kompetente Trainer viel rauslesen kann. Weniger ist aus der Diagnostik, das muss man einfach ehrlich sagen, aber deswegen wird es keinen Nicht-Fortschritt im Training geben. Ich habe einen super Abschlusssatz. Bitte. Training ist testen und testen ist Training. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, mit diesen Worten verabschieden von uns. Danke so auch für den eloquenten Input am Schluss. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr euch für die Diagnostik bei uns interessieren solltet, dann schreibt es uns unter info at sweet spot minus training.at und sonst freuen wir uns wie immer über Feedback und sagen danke fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Tschüss, bye. Ciao.